Tata, und hier ist sie, die neue Webseite von Rital. Rital als Systemanbieter hat nicht nur ein Produkt, sondern viele Produkte. Das haben wir durch diese interaktive Startseite kenntlich gemacht. Hier kann man an jedem Punkt reinspringen, um mehr über die Produkte zu erfahren. Beispielsweise Stromverteilung oder die Schaltstränke. Ein Klick genügt und von der Startseite aus bin ich direkt bei den Produkthighlights. Da haben wir 3D-Daten, die man sich in 360-Grad-Ansicht anschauen kann. Oder man hat die Möglichkeit, direkt von der Startseite aus in das Video reinzuspringen, um eine Produktvorführung sich anzuschauen. Hier werden dann die Highlights des Produkts ausgelobt, oder ich kann direkt als Deep Link in die Seite reinspringen. Oder mir natürlich die anderen Produkthighlights eingucken, in diesem kleinen Slider. Auch hier wieder durchgängig alles fotografiert, mit 3D-Daten illustriert und mit Videos für weitere Informationen angefüttert. So steigt die Interaktivität dieser Seite, Informationen werden unterhaltsam angeboten und natürlich steigt darüber auch die Verweildauer. Ich denke, für das Image eines Unternehmens wie Rital ist das hier wirklich ein zeitgemäßer Auftritt, von dem sich viele etwas abgucken werden. Neben diesem Webspecial auf der Startseite, stammt von Conception auch das komplette Screen Design der Seite. Und bei den hunderten von Produkten, die Rital hat, war das natürlich keine Kleinigkeit. Wir sehen hier, wie wir es gelöst haben, mit einer kleinen Seitennavi. Aber heute möchte ich den Schwerpunkt wirklich auf die Webspecials legen. Das war das Erste. Die anderen schauen wir uns jetzt an. Das war das Erste. Die anderen schauen wir uns jetzt an.